Wir können ein bisschen zusammen singen, damit alle von euch ein bisschen haben. Und dann machen wir es zusammen. Also für jetzt, um zu lernen, machen wir es noch einmal. Also der Workshop, ich glaube, er gefällt uns beiden sehr gut. Wir lernen sehr viel Neues über jüdische Musik. Ich habe schon auch arabische Musik gelernt und ich habe gemerkt, das ist ähnlich. Die Akkorde stehen halt nicht auf dem Papier. Und dann einfach die ganze Zeit selber nachzudenken, das ist eine ganz neue Erfahrung und das ist deutlich anstrengender, muss ich sagen, aber es macht echt Spaß. Was ich jetzt mitgenommen habe, zum Beispiel, dass es beim Spielenorchester weniger darauf ankommt, genau seinem Notentext zu folgen oder genau das zu machen, was der Komponist sich gedacht hat, sondern mehr, wie interagiere ich mit den anderen. Und Improvisation haben wir allgemein relativ viel gemacht. Wir hatten auch als Gruppe improvisiert und das hatte ich davor auch noch nie erlebt. Aber es hat wirklich alles gut geklappt, ist alles gut gelaufen und hat auch sehr, sehr gut geklungen. Gruppe auf dem Bauch am Schnitt, oder über dem Bauch am Schnitt. Börbuer und auftschlatt. Und dann weiß ich noch nicht! Ulf mit einem Schnitt. Wir sind die Rock Rembrandt. Und dann weiß ich noch nicht, wenn wir mit dem Bauch am Schnitt. Und dann weiß ich noch nicht. Und dann is doch wir gleich noch nicht. Vielen Dank.